So, da sind wir wieder. Da hat jetzt den Anruf. Junge, geh mal was schneller an dein Telefon. Die ganze Gruppe trifft sich. Wir fahren ein Sprintrennen. Die Jungs stechen gerade ins Westennest. Nichts bringt die Leute schneller ins Ziel als ein paar wütende Cops. Wir sehen uns dann später. Übrigens, ich hab die ganze Zeit auf dich gewartet, du Schnell. Ich hab... Na komm, dann mach mal das. So, wir kommen zurück. Zu Need for Speed. 2015. So. Auf geht's. Gewinnete Sprintrennen mit den Outdoors. Also ich weiß jetzt nicht. Boah. Das ist so ein Hammer, später gucken. Aua. Aua. Hey. Hey. So. Hab ich ihn einfach mal wieder... nach vorne gebracht. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Ja, ich werde hier gerade die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten... Das gehört. Ach, das gibt's doch nicht. Ich habe, das gibt's doch sehe. Ich bin er, das ist einfach Saltman. Ich bin in meinem Schiff. Ich habe mir in meinem Schiff. In meinem Schiff. Okay, hier ist es sicher. Gen driven. Also bruchst dich auf jeden Fall. Aber wie imakterendsten. Oh, oh. Das war jetzt natürlich nicht so das Topf. Oh, das gibt es doch nicht. Warum sind die drin? Das spielt doch mal Ruhe. Oh Gott. Ey Leute. Komm, mach deine Zeit schneller weg, Mensch. So viel Zeit habe ich jetzt. So machen wir noch einmal. Und dieses Mal müssen wir aufpassen, dass die Polizisten uns nicht. So. Oh. 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 Oh, fast. Ich denke, die waren. Hä? Oh. 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 Mann! Nehren wir mich jetzt einfach mal vor. Ich glaube, ich habe mir so acht, dass ich jetzt gerade hatte. Nimm die 3, die haben es nötig Ja, da fahren jetzt alle rein Ey, das ist nicht normal, ey Ach, wir Polizisten, nervt doch mir zu Lass mich bloß in Ruhe Ich versteh halt nicht, warum ich so blöd bin Und da Aber jetzt machen wir die Polizisten, wenn wir auch nicht mehr So Auf Mein Gott, die Polizisten gehen Noch einmal Und Jungs, das schaffen wir doch So, jetzt muss man ein bisschen, äh Ich muss sagen, jetzt muss man ein bisschen mit mir arbeiten Boah, das ist doch schön So So So, das muss jetzt mal klappen So Okay, auch die kleine Abkürzung So So Fahr mal bitte Genau So So 23 24 Das ist ein Sieg Jawohl Jawohl Wir haben es geschafft So Jetzt Entle 44 Boah Ein bisschen unerfolgreich jung Jo Da Hier ist Travis Ich hab was für dich Okay So sieht's aus Du brauchst eine Karre mit unter 200 Pferden Und hast 5 Minuten lang die Kops im Nacken Viel Glück Alarm! So, dann gehen wir mal wieder unsere Krücke holen, die wir ja schon mal geholt haben. So, ich schenke mir... Schenke mir jetzt mal was ein, schenke mir jetzt mal was ein. Trinken ist wichtig. So, also wir brauchen eine Karre mit unter 200. An 5 Minuten die Cops hintereinander. Na gut, ich glaub das ist dann auch die letzte Mission. Glaub ich. So, Leistungsschuhe nehmen. Warte mal kurz, Jungs. Ich muss kurz hier... Pemsen brauchen wir nicht. Pemsen auch nicht. Treifen. Leistung, Topspeed. Nur kurz, dann müssen wir komplett... Hunderten hier voll. Alles auf Standard schmeißen. Korbewelle. So. Entkommen einer... Verfolgung mit unter... 200 PS. Nehmen wir unsere Kriege wahr. So. Huuuuh. Wuuuh. Wuuuuh. Aber ich glaub das ist dann das letzte Mal... dass wir diese Kriege nutzen. Wuuuh. Wuuuuh. Und das fünf Minuten. Wuuuh. 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 Entschuldigung, ich will mal kurz ... Aha, jetzt. Demagration sich braucht. So. Dauer fünf Minuten. Und unter 200 PS. Alter, diese Krüger, Alter. Du brauchst auch keinen Unfall an den Rand zu machen. Polizei, ich brauche dich. Ich bin lachhaft hier, aber sogar ... Golffahrer. Die Polizei fährt einfach mal ... Eine Minute haben wir schon mal. Ah, schwecken die Beats ... Oh, ich bin schwecken. Oh, ich bin schwecken. Ich würde den Schluck, ich bin schwecken. Oh, ich bin schwecken. Oh, ich bin so gut ... Ich bin schwecken. Oh, ich hab die Beats ... so zwei minuten angebrochen das lustige ist dann mal So, 3 Minuten. Auf Polizei. So, 3,5 Minuten nochmal jetzt. So, 3 Minuten, 42. Auf Jungs. So, 3 Minuten. 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 vielleicht kann ich noch mal wie so gucke mal also bei mir steht unter 202 198 in Koma einer fünf Minuten Verfolgung mit unter 200 in Koma in einer fünf Minuten Verfolgung ja ich bin ja schon da machen wir doch mal alles schlecht die Reifen jetzt das Fahrwerk irgendwie ist irgendwas buggy hier oder ungetuned hat man sich genau fahren noch mal rein verkauft den mal unter 200 ps Auto so dann ob tuning kann ich irgendwie verkaufen so so so